Hallo und herzlich willkommen zur A9 LS22 Überblick Video, alle Fahrzeuge und Geräte in der Übersicht, Teil Nummer 4 müsste das mittlerweile sein, aktueller Stand ist der 8. Oktober 2021. Ich grüße euch, hallöchen, hallöchen. Ja, wir haben wieder neue Fahrzeuge, neue Kategorien, beziehungsweise neue Marken hier mit in der Liste hinzugefügt worden. Wir haben heute mal durchaus ausgeglichen, wir haben viele Fahrzeuge und ein paar Geräte und sogar ein paar neue Erntemaschinen. Es ist heute dementsprechend also sehr, sehr gut ausgeglichen. Denkt dran, wie immer, lasst einen Däumchen nach oben da, wenn es euch gefällt und kommentiert auch gerne, wenn euch etwas Besonderes auffällt. Wir fangen wie immer an in der Kategorie Fahrzeuge und da haben wir gleich ganz oben einen neuen Eintrag und zwar Abby und zwar mit den CC66. Das ist der, mehr, 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 ne, Mähtechnik gehört das ja dazu, aus dem Alpin DLC. Kennen wir ja bereits, 18 PS Leistung, 9 kmh, 2 Meter Arbeitsbreite. Schön, dass es er auch mit reingeschafft hat, war ja gar kein so schlechtes Gerät. Weiter geht's mit Bührer, der ist auch mit drin, auch aus dem Alpin DLC mit übernommen. Modell 6105, gehört in die Kategorie Kompakttraktoren, 100 PS, 25 kmh. Auch ein schönes Ding, gerade zum Einstieg. Bei Case gibt's leider aktuell noch nix Neues. Bei Klaas das gleiche in grün, aber da steht auch noch Coming Soon. Versen das gleiche. Bei Fendt gibt es aus dem Factsheet von heute den 200V Vario. Kompakttraktor oder Schmalspurtraktor in dem Falle. Kennen wir ja bereits 79 bis 114 PS an Leistung. 40 kmh, maximale Fahrtgeschwindigkeit. Gehen wir weiter zu den japanischen Hersteller, der ist aber ja soweit durch. JCB ist auch noch auf Warteposition. Jens ist auch schon durch. Bei John Deere gibt es jetzt endlich einen neuen Eintrag. Ist leider in Anführungsstrichen erstmal nur der XUV 865M. Dieses kleine Kompaktteil kennen wir ja auch schon aus den Vorgängern. 23 PS, 50 kmh, 460 Liter Ladefläche hinten mit dran. Ja, schöne Sache, aber ihr könnt euch natürlich sicher sein, von John Deere wird noch etliches kommen. Nur halt jetzt aktuell noch nicht. Jung Heinrich sind wir offiziell durch, Komatsu sind wir durch, Landini, auch neue Marke. Dementsprechend mit drin, Landini Rex 4 GT. Ja, auch ein Kompakttraktor, 70 bis 112 PS und 40 kmh. Maximale Arbeits- bzw. Fahrtgeschwindigkeit haben wir ja heute dementsprechend auch in den Factsheets gesehen. Lizard wird jetzt als Kategorie auch wieder mit hinzugefügt. Und wir haben natürlich wieder den Lizard Pickup von 1986 und den Lizard Pickup aus dem Jahre 2017 mit dabei. Das sind beides Fahrzeuge, die halt dazu dienen, dass ihr von A nach B kommt. 200 PS, 120 kmh beim alten und 300 PS und 120 kmh dementsprechend beim neuen. Sollt ihr jetzt keinen vorm Hocker hauen, ist halt so das Übliche, was wir ja auch schon so kennen. Soweit, so klar. So, bei Mac gibt es in dem Fall auch nichts Neues. Hier haben wir auch wiederum einen neuen Eintrag mit dazu bekommen. Merinda, wenn ich es richtig ausspreche. Und zwar den Red River 100 bzw. 1000, so rum. Ist auch ein Auto in der Kategorie. 83 PS, 97 kmh, 406 Liter. Ist im Endeffekt der Gegenpart zu dem John Deere Teil. Ich meine, es sind unterschiedliche Dinge, aber vom Aufbau her ja dementsprechend fast identisch. MAN hat jetzt auch einen neuen Eintrag dazu bekommen und zwar den MAN TGS 18.50 4x4. Ja, das ist es dann auch schon gewesen. 500 PS, 80 kmh und damit ist die MAN Kategorie leider Gottes abgeschlossen. Wird also kein neuer MAN LKW mit reinkommen. Im Standardspiel, schade. Bei Manitou sind wir soweit durch. Bei Marseille Ferguson gibt es momentan auch nichts Neues. Bei McCormick gibt es in dem Fall aktuell auch nichts Neues. Bei New Holland haben wir jetzt hier den neuen Eintrag bekommen, den wir heute ja auch schon aus den Effect Sheets haben. Und zwar den TK 480 oder 4.80 Methan Power, ne, ein Kompaktaktor. 75 PS Leistung, 12 kmh. Bei Ponce sind wir in dem Falle durch. Hier sind wir dementsprechend durch. Bei Rigidracks sind wir auch durch. Bei Rodne sind wir einmal durch. Bei Schäffer gibt es momentan noch nichts Neues. Waltra hat einen neuen Eintrag dazu bekommen. Da haben wir die Waltra G-Series mit da drin. Kompakttraktor 110 bis 145 PS bei 40 kmh. Ansonsten sind wir hier einmal durch. Und bei C-Tour sind wir auch durch. Dann sind wir einmal in der Kategorie Fahrzeuge einmal ganz offiziell durch. Hip, hip, hurra. Gehen wir zum Thema Ernte. Und zwar haben wir hier bei Capello momentan noch nichts Neues mit dazu. Bei Case momentan auch nicht. Bei Klaas ebenso wenig. Dafür haben wir bei Deutzfahr die Kategorie ja bereits abgeschlossen. Bei Fendt haben wir das gleiche in grün. Aber bei John Deere, da gibt es Neuigkeiten. Und zwar den John Deere 9000 Series Feltexler. Kennen wir ja bereits als Mod. Jetzt auch fertig im Spiel mit integriert. 770 bis 790 PS bei 40 kmh maximaler Fahrtgeschwindigkeit. Dazu kommen die sämtlichsten Anbaugeräte dazu. Den John Deere 639 Premium oder das Premium Schneidwerk. 3 Meter Arbeitsbreite hier für Stroh und Co. Um das Ganze zu häxeln. John Deere 345 Plus mit einer Arbeitsbreite von 4,5 Metern und 375 PS empfohlene Leistung. John Deere 360 Plus mit einer Arbeitsbreite von 6,6 Metern und 600 PS Leistung. Das 375 Plus mit einer Arbeitsbreite von 7,5 Metern und 650 PS. Und das 390 Plus mit einer Arbeitsbreite von 9 Metern und 750 PS. Schöne Sache, dass wir da auch mal den John Deere-Häcksler mit reinkriegen. Bei Kemper gibt es momentan noch nichts Neues. Bei Marseille Ferguson sind wir in dem Falle durch. New Holland hat jetzt hier noch den New Holland Broad 9070 L. Traubentechnik mit reinbekommen. 164 PS Leistung, 25 kmh, 3100 Liter Kapazität. Kennen wir aus den Factsheets. Ansonsten Rostelmech ist durch und Ziegler ist in dem Sinne auch durch. Das ist es schon bei der Ernte gewesen. Ist ja traditionell immer dementsprechend am wenigsten. Kommen wir zu den Geräten. Bei Akku gibt es momentan noch nichts. A-Gryssum hat jetzt einen neuen Eintrag bekommen. Und zwar den Disc-O-Win-G oder Win-G-V, 5 würde ich mal behaupten. Ist ein tiefen Lockerer, hat 1,5 Meter Arbeitsbreite. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und 65 PS empfohlene Leistung. Also eher etwas für die kleineren Felder, würde ich jetzt mal behaupten. So, bei Akromas gibt es auch nichts. Da sind wir ja schon durch. Bei Altbot das gleich in grün. Hier sind wir einmal dementsprechend durch. Bei Amazon gibt es momentan auch nichts. Neues. Andersen haben wir auch noch weiterhin Coming Soon und keine neuen Einträge. Annaburger sind wir durch. APV sind wir ebenso durch. Bei Akkusin sind wir noch in Haltestellung. Bettner ist einmal durch. Bergmann haben wir weiterhin Haltestellung. Böckmann wurde jetzt hinzugefügt mit zwei neuen Einträgen. Und zwar dem Böckmann HMAL 4320-35. Das ist dieser Anhänger, den wir aus dem Alpine-DLC kennen, wo wir hinten dann dieses Mäh-Dings da, diesen Mäh-Balken-Selbstfahrer da hinten mit drauf schnallen. Das kennen wir bereits. Böckmann KK 3018-27H. Das ist wiederum neu. Das ist entweder ein Werkstattwagen oder dementsprechend irgendwas in Richtung Kühlung. Weil hier so ein Aggregat irgendwie dran ist. Allerdings, ihr seht das vielleicht, das sind Laufbänder als Räder. Deswegen gehe ich mal eher davon aus, dass es so eine Art Werkstattwagen ist mit Sprit-Diesel und so weiter und so fort. Wir können uns aber ja durchaus überraschen lassen. Aber auf jeden Fall, das Rad-Setup sieht schon mal interessant aus. Wenn das jetzt nicht täuscht, das können auch einfach nur Schmutzlappen sein. Und das sind normale Räder. Aber das könnten, wie gesagt, auch Laufbänder sein. Aber, tja, wenn man näher rankommt, pixel es einfach nur. Aber schreibt es gerne in die Kommentare. So, bei Brandner gibt es in dem Fall auch nichts Neues. Bredal ist das gleiche in grün. Briri gibt es momentan auch nichts. Bei Klaas sind wir ebenfalls in der Haltestellung. Hier bei Conway ist das gleiche in grün. Hier bei Dalbu haben wir ja momentan auch noch eins. Damkon ist einmal durch. Dengelmann sind wir soweit auch mit durch. Deutz-Fahr haben wir, wie gesagt, auch noch den Schneidwerkswagen. Hier gibt es auch nichts Neues. Bei Einböck muss ich gerade mal gucken, ob ich es aufgeschrieben habe. Nö, da sind wir ja offiziell auch schon durch. Elo lässt auch noch ein bisschen weiter auf sich warten. Bei Fersen sind wir auch durch. Farmtech sind wir weiterhin auch in der Haltestellung. Bei Fliegel ist momentan auch nichts Neues mit dabei. Hier geht es weiter. Vormann hat man heute in den Factsheets. Da hat man aber ja nur einen Trailer. Hier haben sie jetzt gleich alle Trailer mit reingehauen. Und zwar den Vormann MRWK 6000. Traubentechnik, 6000 Liter Kapazität. Den LWS 12000. Den können wir aus den Factsheets mit 12.000 Litern Kapazität. Und den MRWK 14.500. Mit einer Kapazität von 14.500 Liter. Und damit ist Vormann als Marke in der Kategorie Geräte auch einmal durch. Also drei spezielle Anhänger für die neuen Trauben. Schöne Sache. Gessners Industries sind wir einmal durch. Bei Hardy haben wir hier den Mercury 4000L. Also 4000 Liter. 4 Meter Arbeitsbreite. 4000 Liter Kapazität. Kennen wir bereits aus den Factsheets. Aber da wird von Hardy dementsprechend auch noch mehr kommen. Heizomat sind wir offiziell durch. Hollera sind wir auch offiziell durch. Bei Horsch sind wir auch schon durch. John Deere hat sich noch nichts getan. Das bleibt aber auf jeden Fall spannend. Cavego sind wir durch. Kessler sind wir offiziell auch durch. Bei Kinsey dauert es noch ein bisschen. Hier sind wir dementsprechend auch mal durch. Bei Köckerling gibt es in dem Fall auch nichts Neues. Kotte ist neu mit hinzugefügt worden. Und auch gleich vollständig. Kotte FRC 55. Diesen Feldfass oder Feldlager. Damit dazu 70 PS benötigte Leistung. 55.000 Liter. Dann gibt es noch den Kotte FRC 65. Der hat dann schon mal eine Kapazität von 65.000 Litern und eine benötigte Leistung von 70 PS. Und den Kotte TSA 30.000 Zubringer mit 30.000 Liter Kapazität. Und damit ist Kotte im Bereich Geräte auch schon vollständig mit vertreten. Cool. Ansonsten Krampe. Da gibt es jetzt endlich neue Einträge. Und zwar den SKS 30-1050. Ist ein Anhänger. Wie man uns schwer erkennen kann. Hat eine Kapazität von 59.400 Liter. Dazu gibt es noch einen passenden Dolly. Und zwar den Krampe Dolly 10L. Ist halt ein Dolly. Gibt es nicht weiter viel dazu zu sagen. Dann haben wir einmal Agro-Liner. Da gibt es momentan nichts Neues. Bei Krone tut sich momentan auch noch nichts. Die Krone-Trailer sind einmal durch. Hippepura. Bei Krone gibt es auch nichts Neues. Da müssen wir uns nicht durcharbeiten. Wunderbare Sache. Lemken das gleich in grün. Lizard auch nichts Neues. Maxi sind wir durch. Marseille Ferguson sind wir in dem Fall auch durch. Hier bei McCormick Industries gibt es auch noch nichts Neues. Nardi lässt auch noch auf sich werden. Nordstern ebenfalls Paladin. Sind wir soweit durch. Pöttinger gibt es momentan auch nichts Neues. Hier sind wir auch einmal durch. Hier haben wir eine neue Marke. Und zwar Provites. Ich spreche es jetzt einfach mal komplett so aus. Wie es mir der Übersetzer vorgelesen hat. Und zwar haben wir da den MP-122-OCEA. E-A oder Oka. Wie man so immer ausspricht. Das ist das Teil, mit dem wir später die Trauben zurückschneiden werden. Dass die neu nachwachsen. Kämmer aus der Demo. Ist aber auch das einzige Gerät dieser Firma im LS-22 mit drin. Bei Rabe gibt es in dem Falle nichts Neues. Rostelmash das gleich in grün. Sind wir durch. Bei Rudolf gibt es auch noch nichts. Suitmaker sind wir auch durch. Bei Strautmann gibt es auch noch nichts Neues. Dann haben wir hier Thunder Creek Equipment. Das kennen wir bereits. Den FST-990. Das ist dieser Diesel-Transporter. Also Anhänger. Wo ihr hinten 3.750er Titel reinhauen könnt. Kämmer ja bereits schon aus dem 19er. Bei TMZ gibt es jetzt einen Eintrag. Und damit ist TMZ auch schon durch. Und zwar den TPN-140. Wer hätte es gedacht. Ist nochmal ein Mulcher mit einer Arbeitsbreite von 1,4 Metern. Und 70 PS empfohlene Leistung. Ja. Ist doch schön. Ansonsten gibt es bei Treffler in dem Falle nichts mehr. Bei TT sind wir durch. Federstedt lässt noch auf sich warten. Wicon sind wir auch durch. Weber MT sind wir durch. Bei Welker sind wir durch. Bei Wilson Trailer wird denke ich mal noch der zweite irgendwann kommen. Und bei Zunhammer gibt es jetzt endlich dann noch die neuen Einträge. Und zwar den ULT-18. Das ist ein Güllefass in der Kategorie. Es geht aber eher davon aus, dass es ein Zubringer ist. Mit 15.000 Liter. Zumal den Zunhammer ULT-24. Der hat dann schon 21.000 Liter. Und dann sind wir auch in der Kategorie Geräte durch. Diverses können wir es relativ kurz machen. Gibt es nichts Neues. Es ist weiterhin K&S und Drelleburg. Ja, das soll es mit der Übersicht heute hier gewesen sein. Wie ist aktuell euer, sagen wir mal, Gefühl, eure Meinung? Schreibt sie gern in die Kommentare. Die Meinungen sind frei. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag noch. Habt gegebenenfalls ein schönes Wochenende. Entspannt euch. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann, hau der Renne. Tschüssigowski. Tschüssi.